Was ist los, Peppi? Sie klemmt. Oh, nein, 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 nein. Es ist alles okay, alles okay. Macht die Augen zu und wiederholt euer Sicherheitsmantra. Käppi, Käppi, Käpp auf. Käppi, Käppi, Käpp auf. Käppi? Rütschäsche? Oh, tut mir leid, Pfeppi. Ich bin so daran gewöhnt, immer mein Volk zu beschützen, das mich umgibt. Ich brauche Zeit, um damit klarzukommen. Habe ich die Erlaubnis, offen zu sein, Ma'am? Erteilt. Diese furchtbare Bruchbude entspricht nicht dem Niveau des Prunkschand, das ich mich gewöhnt habe. Vermerkt. Und nur zu deiner Information, mein Onkel Gumbald hat diese Hütte mit seinen bloßen Händen gebaut. Als ich jünger war, habe ich hier stets die Sommer verbracht. Wie dem auch sei, die Zuckerwesen brauchen wahrscheinlich wirklich lange, um zu merken, dass ein schlechter Herrscherwesen dich schlechter ist als ein guter Herrscher. Viel Zeit, um diesen Ort hier herauszufu... ... tool undструкativen Ähnliche 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 med